Heute werde ich dir zeigen, wie du mit einer kleinen Streamlabs OBS-Einstellung, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben, deine Audioqualität nochmal um einiges verbessern kannst. Los geht's! In Streamlabs OBS gehen wir dafür unten links auf das Zahnrad, dann einmal auf den Punkt Ausgabe, Audio und hier stellt dir bitte die Audio-Bitrate bei jeder einzelnen Spur auf 320. Warum bei jeder Spur? Ich meine, ich verwende ja für die Aufnahme oder für das Streaming immer wieder nur eine Audio-Spur. Ganz einfach aus dem Grund, weil man kann natürlich nie wissen, ob man hier vielleicht irgendwelche Spuren in Zukunft benötigt und falls man das hier wieder vergessen hat, dann kann es natürlich gut sein, dass man dann hier zum Beispiel die Audio-Bitrate 160, was ja normalerweise eingestellt ist, so lässt und dementsprechend dann eine nicht so gute Audio-Qualität hat. Deswegen bitte das Ganze einmal hier auf jeder einzelnen Spur umstellen, damit wir auch wirklich die maximale Audio-Qualität bekommen. Hier auf der Seite erfährst du jetzt noch, wie du getrennte Audio-Spuren in Streamlabs OBS einrichten kannst.